hallo leipzig geht euch gut für uns ist das ein perfekte hier mit euch bei so einem tollen wetter ist ein bisschen kalt oder aber dafür scheint wenigstens die sonne wir sind hier in belantis so einen schönen freizeitfag oder schön schön wisst ihr denn wie wir auf den namen jama gekommen sind das hört sich gut an dann frage ich einfach mal direkt drauf los wen gehören die ersten beiden buchstaben ja jess applaus für die liebe jess und dann kommt ma wen gehört ma applaus für die liebe märz danach kommt ta das ist der applaus und nicht zu vergessen sonst hätte ich komplett ohne mich gehört applaus für die liebe miriam zusammen sind wir